Mein Name ist Hakan Sakic, ich bin der Co-Trainer bei den Kickers bei der U19 Oberliga und ich hoffe, dass wir heute ein gutes Spiel zeigen, dass wir endlich mal zu Hause die drei Punkte holen. Einmal kurz Co-Trainer von der A-Jugend ist FSV Rollenbach. FSV Rollenbach ist in dieser Saison in die ENBW Oberliga aufgestiegen. Unser vorrangiges Ziel ist es, diese Klasse zu halten. Mit dieser Ambition wollen wir auch heute in das Spiel gehen und möglichst einen Punkt mit nach Hause nehmen. Die Klasse zu halten. Schicki, schicki, schicki! Schicki, schicki! Schicki, schicki, schicki! Schicki, schicki, schicki! Schicki, schicki! Schicki, schicki, schicki! Schicki, schicki! Schicki, schicki! Schicki, schicki! Schicki, schicki! Schicki, schicki! Weiter, weiter, weiter! Ja! 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 Ja, wenn man natürlich das Spiel in der letzten Minute dann quasi auch noch hergibt an einem unentschiedenen Spiel, das ist natürlich immer bitter. Vor allem für die Jungs, die aber unterm Strich eine sehr, sehr gute Leistung abgerufen haben. Wir müssen uns vorwerfen, dass wir verpasst haben, das zweite Tor zu machen einfach auch aus den Chancen. Und dann ist es immer oft so im Fußball, dass der Gegner dann zum Schluss alles nach vorne wirft und dann ja durch eine Standardsituation dann auch zum Ausgleich kommt. Ist bitter, aber dadurch, dass wir das zweite Tor nicht gemacht haben, Gegner hat immer weiter versucht, zum Schluss alles reinzuwerfen. Ich denke, so unterm Strich muss man dann einfach auch sagen, okay, das ist für uns zwar sehr ärgerlich, aber wahrscheinlich der Punktgewinn ist schon verdient für uns. Ich denke, vom Spielverlauf her, ein Treffer in der Nachspielzeit ist immer glücklich, aber ich denke, dass wir vom Spielverlauf her auch von der Chancen, wo wir uns dann durch unseren Einsatz und Kampf erarbeitet haben, was dann letztendlich auch verdient. Natürlich glücklich durch das, dass es eine Schwedfahrt ist. Die Menschen schaffen bis zum Schlusswandeln, glauben und kämpfen, dann haben wir wirklich verdient. NBW Energie braucht Impulse.